Schlagersänger Stefan Mross hat mit der Bekanntgabe seine neuen Beziehung zu Eva Luginger für Aufruhr gesorgt. Nicht nur seine Ex Anna Karina Wojcik ist verärgert, sondern auch seine Fans. Die Situation droht nun fatale Konsequenzen für seine Karriere zu haben. Ein Shitstorm braut sich über den Musiker zusammen, ausgelöst von Janine Pink, einer engen Freundin von Stefans verflossener Anna Karina Wojcik. Sie gab ein TV-Interview, in dem sie den Schlagerstar als echten Liebesschurken darstellt. Janine behauptet, dass sie mit Anna Karina im Austausch steht und bereits seit letztem Sommer weiß, dass sich zwischen Stefan und ihrer besten Freundin etwas anbahnt. Das Ganze zwischen ihrer besten Freundin und Stefan läuft auf jeden Fall schon eine Weile. Soweit ich weiß, seit letztem Sommer definitiv, offenbar Janine jetzt. Anna Karina habe ihren Mann eines Abends sogar auf frischer Tat beim Telefonieren mit Eva Luginger erwischt. Das ist für eine Frau natürlich niederschmetternd, und dann auch noch die beste Freundin. Das macht man nicht. Die Fans sind empört und es gibt herbe Kritik auf der Facebook-Seite des Singers. Viele fordern sogar, dass Stefan seine Sendung immer wieder sonntags abgeben soll. Es sieht so aus, als ob die neue Liebe für Stefan der Anfang vom Karriereende sein könnte. Stefan hat daraufhin seinen Auftritt in Evas Show spontan abgesagt, um zu beweisen, dass sie es nicht auf seinen Ruhm abgesehen hat. Die beiden möchten ihre Liebe nicht öffentlich machen und legen höchsten Wert auf Privatfähre. Fraglich, ob das bei dem ganzen Medienrummel möglich ist.